Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es kostet unglaublich viel Mut, so den eigenen Weg des Erwachens zu gehen. Und der ist streckenweise sogar echt brutal, weil wir uns komplett vom Außen lösen müssen und uns nicht beeinflussen lassen dürfen. Und gleichzeitig müssen wir mit der Welt im Außen interagieren, um eben auch so den Weg nach innen zu finden, um überhaupt diesen Erwachensprozess zu unterstützen. Und diese Dynamik, die ist total spannend, aber bis sich so beides miteinander verschmilzt, also die Welt im Außen und die Welt im Innen, ist es häufig so ein sehr langer Weg. Aber wenn sie verschmilzt, dann merkst du, wow, du bist zum Schöpfer der Realität geworden. Und dafür gibt es zwei Grundbedingungen, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Also wir reden über die Thematik der bewussten Realitätsveränderung. Wir können auch das ganze Dimensionswechsel nennen oder Zeitlinienwechsel. Und wir werden eben über diese beiden Grundvoraussetzungen sprechen, die es dafür bedarf. Deswegen ganz viel Freude, bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Mein Name ist Linda Giese. Ich bin seit über 20 Jahren spirituelle Mentorin. Ich bin die Begründerin der Seinspotenzialmethode und auch die Autorin von Bewusstsein Next Level. Ist auch ein super spannendes Buch, gerade auch im Zusammenhang mit diesem Thema. Ja, und freue mich jetzt, dich heute hier mit auf diese Reise zu nehmen, denn wahrscheinlich steckst du mitten im Erwachensprozess. Uns wirst du wahrscheinlich diese Podcast-Folge überhaupt gar nicht hören. Und wahrscheinlich hast du dann auch immer wieder Berührung mit ungewöhnlichen Phänomenen, die wir uns vielleicht nur mit Parallelwelten erklären können oder mit Dimensionswechseln oder Zeitlinien sprüngen. Das sind einfach so Themen, die gerade uns auch im Allgemeinen so tief beschäftigen, weil wir merken so, krass, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und es ist wichtig, dass wir in diesem Zuge einfach eine Offensein für neue Perspektiven, uns generell auch öffnen für das Ungewöhnliche. Denn diese Öffnung ist wirklich eine signifikante Basis für die neuen Erkenntnisse im Bereich der Wahrnehmungserweiterung, der Bewusstseinserweiterung. Und wir spüren, wenn wir eben so offen sind, wie intelligentes kosmisches Wissen, ja, letztendlich kommt es zu denjenigen in Kontakt oder mit denjenigen in Kontakt, die beginnen einfach, sich neue Fragen zu stellen. Die beginnen auch, offen zu sein für die atemberaubenden und freaky Antworten, ja. Und bemerken dann so auf diesem Weg, ja, was ist eigentlich die Wahrheit? Die Wahrheit, es scheint so alles wahr zu sein, aber die Wahrheit ist eben letztendlich ein, also aus unserer Perspektive vor allen Dingen, ist sie sich ein konstant ständig weiter vervollständigender Prozess oder ein Prinzip, ja. Es kommt also scheinbar wirklich auf die Perspektive an, von der aus man auf die Dinge schaut. Und das ist einfach so elementar, weil je wacher du bist, umso eine andere Perspektive hast du und hast einen viel größeren Überblick. Ja, und deswegen ist so Perspektive und Erwachen, es hängt also ganz, ganz eng miteinander zusammen und dafür ist eben diese Offenheit und diese anderen Fragen sich zu stellen auch ganz, ganz wichtig. Ja, diese Phase, in der wir jetzt so sind, diese Phase des Erwachens, die empfinde ich als so unfassbar spannend, weil der Dimensionswechsel eben, wir begreifen immer mehr, das ist kein Ortswechsel, den wir physisch im Außen finden, sondern der ist über unsere innere Frequenz erzeugt. Das heißt, du selbst erzeugst den Dimensionswechsel und deine Frequenz ist dafür verantwortlich und sie hat auch einen Einfluss auf die Realität, welche du dann gemäß deiner Frequenz wählst. Ich finde das so unglaublich spannend, weil es macht so deutlich, wie wichtig uns die Kenntnis dieser Dynamik ist, weil sie so viel Eigenverantwortung in sich birgt. Ja, und das ist so ein wunderschöner Weg, sich eigenverantwortlich zu befreien und eigenverantwortlich zum Schöpfer der eigenen Realität zu werden. Das ist mega, mega, ja, ich finde es atemberaubend, dass wir da jetzt so angekommen sind. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie du das für dich empfindest. Ich bin der Überzeugung, dass wir schon viel öfter die Dimension gewechselt haben, als es uns bewusst ist. Und ich möchte kurz mit dir so über ein mögliches Indiz sprechen, was darauf hinweisen kann. Und das ist der sogenannte Mandela-Effekt. Ich bin mir ganz sicher, die meisten von euch wissen, was damit gemeint ist. Ich reiße es mal ganz kurz an für diejenigen, die es nicht wissen. Man sagt, der Mandela-Effekt, das sind falsche Erinnerungen. Aber das kann irgendwie nicht stimmen, denn skurril wird es, wenn sich nicht nur ein einzelner Mensch scheinbar falsch erinnert, sondern wenn es gleich Tausende oder noch mehr tun. Ja, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Ja, benannt ist der Mandela-Effekt nach dem Freiheitskämpfer Nelson Mandela. Und zwar können ganz viele Menschen schwören, dass er bereits in den 80ern im Gefängnis verstarb. Als dann 2013 die Nachricht seines Todes erschien, hatten viele Menschen die gleiche Reaktion. Der ist doch schon in den 80ern gestorben. So ging es mir damals übrigens persönlich auch. Ja, und wir können vielleicht noch ein zweites Beispiel mit reinnehmen. Kennst du das Spiel Monopoly? Ich habe es geliebt, Monopoly zu spielen als Kind und ich spiele es heute übrigens noch gerne. Und ich kann mich in meiner Erinnerung sehr gut daran erinnern, dass dieser Monopoly-Mann so einen Monokel aufhatte. Findest du heute nirgendwo. Man sagt, der hatte nie einen Monokel auf. Aber in meiner Erinnerung hatte der einen Monokel auf und in der Erinnerung vieler anderer Menschen auch. Und das ist so dieser Mandela-Effekt, dass man sich an etwas erinnert und es das scheinbar nie gegeben hat. Und es gibt so zig ähnliche Beispiele, da darfst du gerne mal selber recherchieren. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Du kannst ja mal gucken, mit welchen Beispielen du da so in Resonanz gehst. Manche Menschen sagen, das sind eben falsche Erinnerungen. Andere sagen, wir haben die Zeitlinie oder die Dimension gewechselt. Wiederum andere sagen, das hat dann auch mit dem Polsprung zu tun, dieser Dimensionswechsel. Ich persönlich möchte heute mal etwas mit dir teilen, womit ich mich schon seit vielen, vielen Jahren auseinandersetze. Denn ich bin der Überzeugung, dass wir viel öfter die Dimensionen wechseln, als es uns bewusst ist. Und 2014 zum Beispiel bekam ich schon den ersten Hinweis, einen persönlichen Hinweis, dass sowas möglich ist. Ich werde dir jetzt gleich an einem sehr, sehr persönlichen Beispiel etwas erzählen. Ich möchte dich also einladen, meiner Geschichte zu folgen. Sie ist sehr unglaublich, also sie scheint unglaublich. Sie ist mir wirklich in der Tat passiert. Und der Hinweis des Dimensionswechsels, den habe ich lange als Einbildung abgetan. Ich werde dir ganz kurz eben die Story erzählen. Manche kennen sie schon, ich habe sie schon mal ausführlich im Podcast hier berichtet. Ganz kurz angerissen. Die Geschichte findet im April 2014 statt. Und zwar in Madrid. Ich war eingeladen auf eine Hochzeit. Meine Cousine hat geheiratet. Und meine spanische Familie kommt aus Madrid. Und ich hatte meine Cousinen und meine Cousins schon lange nicht mehr gesehen. Und wir wollten abends miteinander ausgehen. Das war also vor der Hochzeit. Und wir hatten uns verabredet, dass sie mich bei mir im Hotel abholen kommen. Und dann würden wir gemeinsam losgehen. Und so kam es dann, dass wir uns bei mir in meinem Hotelzimmer versammelt haben. Wir haben schon ein bisschen was getrunken und uns unterhalten haben. Und ich war in diesem Moment, ich war unglaublich glücklich. Und ich konnte so mein Glück nicht fassen und war so, aber gleichzeitig auch so, Mensch, wieso war ich so lange nicht mehr hier? Und habe mich so von der kleinen Gruppe so ein bisschen entfernt und bin zum Fenster gegangen und wollte mich aufs Fensterbrett setzen, aufs Fenster Sims setzen. Und so am offenen Fenster nach draußen schauen, das Hotelzimmer lag so in der vierten Etage. Und ich hiefte mich so auf das Fenster Sims, das war so ein bisschen höher, und verlor das Gleichgewicht. Das Fenster stand offen. Und ich sehe noch, wie ich kippe. Mein Hintern hing also draußen. Und ich versuchte noch so, die Türrahmen zu erwischen, die Fensterrahmen, kamen aber nicht mehr dran. Und das Ganze passierte für mich gefühlt wie in Zeitlupe. Ich sah die geschockten Gesichter meiner Familie. Ich sah mich gleichzeitig aber auch fallen. Und ich sah mich auch auf dem Boden aufklatschen. Und in mir war ein tiefer innerer Schrei, ein Schmerz, der deutlich machte, mein Gott, was muss meine Tochter für Schmerzen erleiden, für seelische Schmerzen erleiden. Sie war zu Hause in Deutschland, wenn sie erfährt, dass ihre Mama aus dem Hotelzimmer gefallen ist. Und gestorben ist. Und das hat mir so mein Herz zerrissen. Und es ist sowieso erstaunlich, wie sehr solche Momente in Zeitlupe ablaufen, was man alles wahrnehmen kann in dieser Zeitlupe. Aber es war klar, das wird so passieren. Und in dem Moment spürte ich, wie zwei Hände mich von hinten fassten in meiner Taille, so Hüftetaille, also aus dem Nichts. Und mich hochhoben, es machte wirklich so einen Satz, und war mein Hintern wieder auf dem Fensterbrett. Wir sind alle, wir waren geschockt. Wir sind auf dem Boden des Hotelzimmers gesunken und haben da gesessen und geweint, waren geschockt. Ich habe geweint, wir hatten geschockte Gesichter. Wir sind an dem Abend auch nirgendwo mehr hingegangen. So, diese Geschichte ist in sich schon sehr unglaublich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen denken, ach, Quatsch kann man nicht glauben. Es sei euch freigestellt, ja, wer das so fühlt. Ich empfinde sie auch als unglaublich, denn sie grenzt ein krasses Wunder, weil das sind irgendwelche Engelhände, Geisthürerhände, Schürzengel, was auch immer, Hände gewesen, die mich da einfach auf das Fenstersims wieder gesetzt haben. Und was aber interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ich so circa zwei Monate später, ich kann übrigens immer noch, wenn ich an diese Geschichte denke, wenn ich in einem gewissen Zustand bin, dann kann ich den Schock noch in meinen Knochen fühlen, in meinen Zellen fühlen. So circa zwei Wochen später, ich beschäftigte mich natürlich immer wieder, zwei Monate später, ich beschäftigte mich immer wieder mit dieser Geschichte, weil ich diesen Schock immer wieder durchlebt habe. Und dann bekam ich irgendwann die Information, dass es eine Realität gibt, in der dieses Unglück wirklich geschehen ist. Also es existiert eine Lebensrealität, in der ich wirklich verunglückt bin. Und anfangs glaubte ich, das sei alles Einbildung, was ich da an Informationen bekam. Da war ich auch hartnäckig mit der Einbildung. Ich bin ja sonst sehr offen dafür, diese Botschaften auch annehmen zu können, die ich so bekomme. Aber da habe ich wirklich einen Punkt gesetzt, weil das war für mich wirklich absurd. Gut, ich meine, es war 2014, da war ich noch etwas anders unterwegs. Und ich habe das dann lange, lange, lange auch weggepackt. Und es wurde mir aber mit der Zeit immer wieder übermittelt, dass wir viel häufiger die Realität wechseln, und vor allen Dingen in lebensbedrohlichen Momenten, die wie ein Wunder gut ausgehen, gibt es eben die weiterführende Realität, in denen das Unglück tatsächlich passiert. Im Laufe der Jahre sind mir auch einige Zugänge gewährt worden, wo ich hineinschauen konnte in einzelne Realitäten. Dass ich einen Blick darauf werfen konnte, eintauchen konnte, dass es Realitäten gibt, die definitiv weiterlaufen, aber mein derzeitiges Bewusstsein eben an dieser Realität nicht bewusst teilnimmt. Ja, und ich durfte sogar in eine Realität reisen, allerdings als Zaungast, ja, nur um zu verstehen, was da wirklich passiert. Und in dieser Realität war es ganz unglaublich, weil in dieser Realität lebte meine Mutter noch. Meine Mutter ist verstorben, verunglückt, da war ich gerade zwölf Jahre alt. Also in meiner Realität ist sie verstorben. Die Realität, in die ich zu Schulungszwecken eintauchen durfte, besuchen durfte, ist sie sogar noch mit meinem Vater zusammen. Also selbst wenn sie überlebt hätte, glaube ich nicht in meiner Realität, dass sie zusammengeblieben wären. Das halte ich für absolut ausgeschlossen. Aber in der Realität, in der ich als Zaungast dabei sein durfte, lebte sie noch mit meinem Vater sogar zusammen. Und auch meine Kindheit ist in dieser Realität, die ich da besuchen durfte, ganz anders, also liebevoll und wohlwollend fördernd verlaufen. Und als ich erleben durfte, also als ich das erleben durfte, war ich wirklich positiv geschockt über die Weisheit meiner Eltern und über ihr Inneres aufgeräumt sein. Weil so kenne ich sie aus dieser Realität hier nicht. Es war doch unglaublich geduldig. Also das war schon eine absolute andere Wesenstypen. Hier sind wir also schon im Bereich der Parallelrealitäten angekommen. Es gibt also Realitäten, die parallel zu unserer existieren und in denen vieles so ist wie hier, aber manches eben anders. Und ich bin halt natürlich im Laufe der Jahre durch auch meine schamanischen Reisen viel mit Parallelrealitäten in Berührung gekommen. Und diese Reisen kombiniert mit der Unterweisung über diese Dimensionswechsel haben mich in ein tiefes Erforschen dieser Dynamik eintauchen lassen. Und ich habe wirklich mit Faszination erkannt, wir können den Verlauf unserer eigenen Realität bestimmen. Wir können ihn also jederzeit jedoch unter bestimmten Voraussetzungen bestimmen. Und ich habe so über meine Forschungen erkannt, dass wir letztendlich ständig die Dimension oder die Realität wechseln. Also sozusagen wir selbst wählen, wie unsere Realität weitergeht. Meistens ist uns dieser Vorgang leider überhaupt nicht bewusst. Jedoch können wir ihn ganz bewusst nutzen. Also das heißt, wir tun es eh schon, wir tun es nur unbewusst. Da muss man also auch gar keine Angst vor haben, weil du tust es eh schon und meistens merkst du es gar nicht. Selbst wenn du es bewusst machst, ist es nicht immer so, dass du merkst, dass du wirklich eine Realität geschifftet hast. Ja, für dich geht das gefühlt ganz normal weiter. So, es gibt also deine Realität einfach ganz normal weiter. Das ist so ganz minimal, dass du merkst, ah, okay, hier passiert jetzt so ein Switch oder so ein Glitch. Ja, das sind so Dinge, die, da passiert auf einmal etwas, wo du merkst, so, uah, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann bist du schon in der, geht es also ganz normal weiter. Hast du mit Sicherheit auch schon oft erlebt und vielleicht hat es dein Bewusstsein ausgeblendet. Schreib es gerne rein, wenn du schon Erfahrungen gemacht hast damit. So, wollen wir mal zu den Voraussetzungen kommen, zu den beiden, die ich für wichtig halte, damit wir bewusst zum Schöpfer unserer Realität werden. Ja, und auch bewusst die Dimensionen ansteuern, die wir erreichen wollen. Weil wenn wir das unbewusst tun und die beiden Voraussetzungen auch nicht nutzen, dann landest du immer irgendwo. Ja, und das müssen ja nicht immer nur angenehme Realitäten sein. Okay, Voraussetzung 1. Wir müssen beginnen, Zeit als zyklisch zu begreifen, statt als linear. Ein Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, sie denken linear und sind somit auch Gefangener ihrer eigenen, ungeheilten Geschichte. Und damit ist ein positiver Wechsel in eine erhöhte Realität unglaublich schwer, bis hin zu nicht möglich. Ja, es ist also wichtig, zyklisches Denken, zyklisches Zeitdenken auch anzustreben und auch eben in Energien und Schwingungen oder Frequenzen zu denken. Ja, das ist unfassbar wichtig, damit wir die Themen, die wir in unser Leben ziehen wollen, die Realitäten, die wir wählen wollen, dass wenn wir das auf der linearen Ebene machen, dann sind wir einfach so verhaftet mit unserem, mit diesem Ursache-Wirkungs-Prinzip. Nennen wir es mal so rum. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz spannend dann, weil ich das und das gemacht habe, muss das und das passieren. So, und dann kommt noch Karma mit rein und so weiter und so fort. Das heißt, dieses lineare Zeitdenken bindet uns letztendlich immer an die Frequenz, aus der wir kommen. Und das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und dann ist einfach auch ein Frequenzwechsel unglaublich anstrengend, bis hin nicht möglich, weil wir die alte Geschichte und somit auch die alte Frequenz mitschleppen. Denn der zweite Punkt ist, die zweite Grundvoraussetzung ist, wir müssen in uns aufräumen. Das heißt, wir müssen in uns heilen. Und das bedeutet sowieso, dass wir dann unsere dramatische Geschichte auf irgendeine Art und Weise, ich nenne das mal, loslassen. Richtiger gesagt ist, dass wir sie integrieren, und zwar geheilt integrieren. Aber es fühlt sich so an wie loslassen, weil sie für uns, weil diese Dramatik, die lassen wir los. Das Opfergefühl lassen wir los. Und damit verändern wir auch den Verlauf unserer Geschichte. Damit heben wir uns in eine höhere Frequenz. Und damit ist es uns möglich, ganz klar Realitäten ganz neu zu wählen. Also die Lebensbereiche, die du für dich verändert haben möchtest. Und das ist auch der Grund, warum bei manchen Menschen Manifestation funktioniert, bei anderen nicht. Ich wurde letztens noch gefragt, Linda, hast du bitte einen Tipp für mich, wie ich manifestieren kann? Es ging um eine bestimmte Summe Geld, die jemand manifestieren wollte. Und ich sage es ganz offen, also die beste Manifestation, also die, die wirklich gelingt, ist die, dass du zu dem wirst, wo du hin willst. Also dass du deine eigene Frequenz veränderst, weil dann stehen dir alle Türen offen. Und das in uns aufgeräumte und das zyklische als auch Schwingungsdenken hat eben einen immensen Einfluss darauf, auf welcher Ebene wir uns befinden. Und aber auch darauf, auf was wir schauen. Ja, und das habe ich zu Anfang schon gesagt, dieser Podcast-Folge, alles ist wahr. Oder man kann auch sagen, alles ist existent. Aber die Ebene oder die Perspektive entscheidet darüber, was genau und wie wir es wahrnehmen. Lineare Wahrnehmung hält uns im alten Paradigma. Zyklische oder spiralförmige Wahrnehmung bringt Perspektivwechsel und hilft uns beim Aufstieg. Aus diesen Erkenntnissen meiner Forschung und jahrelangen Erfahrung ist zum Beispiel auch die Science-Potential-Methode entstanden. Und das ist ein Programm, welches über 800 Menschen und weit über 800 Menschen schon geholfen hat, ihre eigenen Fähigkeiten der bewussten Realitätsbestimmung und auch ihr Erwachen zu erreichen. Ja, also zu dem zu werden, was wir hier heute besprochen haben. Und wenn dich das Thema einfach mal näher interessiert, dann würde ich dich sehr gerne einladen, und zwar kostenfrei, einfach mal bei uns mitzumachen. Und zwar veranstalten wir regelmäßig eine kostenfreie Live-Show und da kannst du dir dein dickstes und härtestes Problem unter den Arm klemmen und einfach mit dabei sein. Und mit ein bisschen Glück reden wir miteinander. Das ist eine sehr lebendige Live-Show. Das ist also kein 0815-Standard-Webinar oder sonst irgendwas. Nee, nee, da passiert manchmal richtig Rock'n'Roll. Also da sind wir spontan, da sind wir lebendig, da gucken wir genau das, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Und da bestimmt eben auch der Zuschauer den Verlauf dieser Live-Show. Also auch da haben wir, du bestimmst da auch die Realität. Wenn du mitmachst, wenn du dich einbringst, dann bist du ein ganz großer Teil dieser Show. Und wenn du sagst, oh no, ich genieße lieber aus dem Hintergrund und lass die Dinge auf mich wirken, bist du auch ein Teilnehmer und beeinflusst eben letztendlich auch die Show. Bist du neugierig? Ich auf dich auf jeden Fall. Weil das Coole ist, hier kann ich deine Kommentare lesen. In der Live-Show kann ich sogar mit dir sprechen. Wäre das was? Dann freue ich mich riesig auf dich. Apropos Kommentare. Kommentiert super gerne, was ihr hier von dieser Podcast-Folge haltet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. In Liebe, das Allerallerschönste für dich. Deine Schwester im Geiste, deine Linda. Das Allerallerschönste für dich. andoera. Schere Leute.